Dahin. Schau dahin. Merk dir das? Schau dahin. Hallo Freunde, Leute, Menschen, Aliens. Ich weiß, Weihnachten kann mit all dem Essen gehen und Restaurant besuchen echt anstrengend sein. Dann kommen die Abverkäufe der Weihnachtsrestbestände, Partys, Firmen feiern, Freunde und Familie wollen ausgehen. Also das habe ich zumindest gehört. Näh. Näh. Ich bin ein Troll. Ich mag kein Licht. Also das habe ich zumindest gehört. Wenn ihr wie ich seid, dann sitzt ihr zu Hause, trinkt Tee und schaut euch Kevin allein zu Hause zum gefühlten 60. Mal an. Was ich mit diesem merkwürdigen Video sagen will, ich wünsche und schicke euch ganz viel Kraft für die Feiertage. Ich weiß auch, ein neues Jahr bringt immer ganz viele Versprechungen mit sich, die man sich selbst gibt. Doch es muss nicht immer ein neues Jahr beginnen, um sich Vorsätze zu machen, die man nicht hält. Ja. Wie wäre es mit einem neuen Tag, an dem man sich einen Vorsatz macht, den man hält? Heute passe ich mal ganz gut auf mich auf. Wobei, es ist 2017 natürlich sehr viel beeindruckender. Klingt als, yeah, es ist Dienstag. Am Montag und Freitag kommen die letzten Videos für dieses Jahr heraus. Es bleibt also alles gut gehabt mit den Uploads. Und ich freue mich schon riesig auf ein neues Jahr mit euch. Nochmal ein ganz großes Dankeschön, dass ihr mir so viele tolle Kommentare dalässt. Ich habe echt nicht geglaubt, dass das so gut ankommt, wie es ankommt. Ich bin unglaublich dankbar. Und ihr könnt mir ohne weiteres schreiben, egal ob in den Kommentaren oder per Nachricht. Ich freue mich über alles. Klang das komisch? Es klang komisch. Klang... Klingt das komisch? Ach, was weißt du schon. Fragen, wie jemand eine Ahnung hat. Hey du, klang das komisch? Deswegen sollte ich kurze Videos machen, dann hat sowas keinen Platz. Passt auf euch auf, cooler Abschlussgruß. Wir sehen uns am Montag.